Aus welcher Boyband ist Mark Terencey bekannt geworden? Ich hab's nie gehört. Mark Terencey? Der war mit Sarah Connor zusammen, die haben ein Kind zusammen. Meine Mutter wüsste das. Martin, ja, ruf die an. Ja, pass auf, ich geb mal die Mama her. Ja. So. Hallo Mama, hier ist Mark Eggers. Der Sohn kann hier richtig was gewinnen. Und zwar hat er gesagt, Sie wissen, aus welcher Boyband der Mark Terencey kommt. Ja lass sie doch weg, die Hände. Hab ich ja gerade gesagt. Mama? Das weiß sie nicht. Aus welcher Boyband kommt Brian? Der Brian von den Backstreet Boys. In welcher Boyband ist der? Backstreet Boys, das ist richtig. Mama hat's richtig gesagt. Es gibt einen Beutel. Hier ist die Stimmung bei der WokWM. Das Bier schmeckt gut. Weg! Weil er ein Macher ist. Na ja klar, guck mal, zieht er mit. Mitgehangen, mitgefangen.